Freunde, ich habe noch ein Geheimnis Reit- bzw. Flugtier entdeckt bei den Geheimnissen von Azeroth. Es wäre mir beinahe durch die Lappen gegangen, aber den klügsten Elfen der Welt, Detektiv Red, entgeht nichts. Dann braucht man noch die Fackel von Pyrite und wenn man Pech hat, drei Freunde. Es ist eigentlich eine ellenlange Schnitzeljacht, aber man kann die drei Teile, die man für das Mount braucht, einfach sofort einsammeln. Man muss sie gar nicht machen. Und jetzt halte ich endlich die Klappe und zeige euch, wo die Teile sind. Viel Spaß! Hallo Freunde und willkommen bei der Bonus-Folge bei den Geheimnissen von Azeroth. Und zwar können wir noch dieses Reittier oder, ja, Flugtier oder Flugroboter, ja, noch freischalten. Auch nur bei den Geheimnissen von Azeroth. Und ich zeige euch mal eben ganz schnell, wie. Wie alles bei den Geheimnissen von Azeroth brauchen wir mal wieder die Fackel von Pyrite. Also ohne der geht anscheinend gar nichts. Also man könnte angeblich das Tier auch holen, wenn das Event nicht ist, aber die Fackel, die könnt ihr nur während des Events erspielen. Also die braucht ihr auf jeden Fall. So, wir sind jetzt hier beim östlichen Königreich. Hier unten Schlingendorttal, auf der kleinen Insel hier. Koordinaten sind 59, 78 und ihr braucht mal wieder zwei Kollegen. Und halt die Fackel, ne? Mit ausgerüsteter Fackel warten wir dann hier auf zwei weitere Freunde. Also wir müssen nicht in der Gruppe sein, wie beim letzten Mal. Wir müssen einfach nur die Feuerschalen hier anzünden. So, es ist soweit. Ja, dann kommt eine kleine Zwischensequenz. Feuerwerk und ein Gegner, den wir auch besiegen müssen. Der ist aber schwer, der ist jetzt nicht immer easy oder so. So, ist der Junge kaputt, dann looten wir den. Gedönse. Und gehen zum nächsten Point of Interest. Das zweite Teil des Flugtiers findet man hier in Kalimdor. Und zwar hier wieder. Nein. Da, im Teufelswald, hier oben. Koordinaten sind bei 50, 26, bei diesen drei Baumhorschies, die hier im See stehen. Ja, und hier ist das Teil, was wir mitnehmen müssen. Normalerweise ist hier so ein großer Geist. Den kann man einfach anklicken, dann ist man in den drin. Und man kann ihn steuern. Dann muss man drei von seinen Kollegen hier oder andere, die hier so rumrennen, aufsaugen. Und dann droppt er halt das Teil hier. Aber jetzt kann ich das einfach so anklicken, weil es anscheinend jemand gemacht hat. Und ich jetzt hier schon eine Viertelstunde stehe und das irgendwie nicht weggeht. Also ist irgendwie verwackt. Ne, also kann ich euch leider nicht zeigen. Also ich kann es jetzt mitnehmen, hab Glück gehabt dabei. Aber, ja, ihr müsst wahrscheinlich dann drei Leute oder wenn ihr auch Glück habt, dann einfach huten, ne. Das dritte Teil finden wir hier im östlichen Königreich. Und zwar hier, am dunklen Portal. Ich mach nochmal zurück, so hier, ne, hier unten. Aber wisst ihr ja, ne, da geht's ja nach Burning Crusader. Ich hab das jetzt hinterher aufgenommen, weil meine beiden Kollegen, die waren ein bisschen ungeduldig. Und die wollten nicht warten, bis ich das hier fertig gemacht hab. Und ich hab auch vergessen zu sagen, was ihr gleich sehen werdet, natürlich könnt ihr das so machen wie ich. Aber leichter ist es natürlich, wenn ihr auf einem Flugmount seid und über den Loot schwebt. Dann könnt ihr das auch aufheben. Also ihr müsst da nicht vorstehen bleiben oder, ja, sammeln und die Gegner wegmachen. Ihr könnt einfach über die drüber fliegen, ne. Hier in 50, 56, dann sind wir hier. Und am Portal, da ist dieses Minironz-Booster-Teil, ne. Und wir müssen aufpassen, hier diese komischen Waffen, die schießen immer dahin, wenn man looten will. Also die müssen eigentlich weg. Ich versuch mal. Ne, die müssen weg. Einer muss gucken, wenn er die Gegner wegmacht und der andere muss halt looten und dann müsste er das auch anders machen, weil sonst klappt das hier gar nicht. So, jetzt haben wir alle drei Teile und fliegen wieder zurück zu den Dracheninseln, zu unserer Lieblingsstädtchen, Waldracken. Und zwar hierhin ist auch blau auf der Karte zu sehen. Und da warten wir auf das Event, was da startet. 37, 61, da ist dieses komische Ungetüm. Und dort müssten wir so Orbs einsammeln. Die sind hier rüber in den Waldracken versteckt, aber das können auch andere Spieler machen, ne. Und so Säulen. Und die sammeln wir ein. Ich gucke mal, ob ich eine finde und euch das zeigen kann. Und die bringen wir dann hier hin. Und das muss auf 150 sein. Und dann können wir das letzte Teil daraus nehmen. Diese blauen Orbs hier, die tauchen jetzt auf, weil wir das aktiviert haben. So, ich zeige das euch mal bei einem. Das ist jetzt hier so eine Säule. Die klicke ich an. Jetzt habe ich die. Und jetzt sind wir sehr langsam unterwegs. Läuft dann ein Timer oben ab. 16 Sekunden habt ihr Zeit, dann müsst ihr den abgegeben haben. Sonst ist der kaputt und ihr müsst wieder von vorne anfangen. Entschuldigung, dass ich jetzt ein bisschen abgehackt hier habe. Aber der eine wollte jetzt erst nicht mit mir spielen. Jetzt doch. So, jetzt habt ihr gesehen. Jetzt hat er das hier in die Schmiede reingeballert. Und das muss halt bis 150 müssen wir das halt hier fertig haben. Den Gedöns. Das ist jetzt ein großes Teil hier. Das ist ein großes Stück. Und der Doofmann das auch weitergibt hier. Ja, macht er. So, jetzt zeige ich euch das nochmal kurz. So, fertig. Habt ihr gesehen? So, ich zeige ich nochmal kurz. Also immer hin und her. So, jetzt kriegen wir den großen. Habe ich jetzt. So, mein Freund läuft jetzt da voran. Dann werfe ich jetzt wieder zu. Zack. Jetzt laufe ich wieder ein Stück vor. Weil der kann nicht so gut laufen damit. Und so weiter. Bis zur Maschine. Bis halt 150 da erscheint. Und dann können wir das letzte Teil da rausnehmen. So, fertig. Dann kriegt ihr auch noch einen Erfolg, weil ihr das gemacht habt. Und kombiniert die drei Teile. Einfach im Inventar eins anklicken und schon habt ihr euren Reittier. So, da ist der hässliche Teil. Ausgerüstet mit Tobias, Fackel und Kappe. Außer der Götze. Der fehlt uns noch. Und die Sachen, die noch kommen werden. Ja, vielen Dank fürs Gucken. Ich hoffe, ich konnte euch wieder ein bisschen helfen. Am Ende war ja ein bisschen Chaos hier. Wenn ihr das nicht verstanden habt, könnt ihr mir das in den Kommentaren reinschreiben. Versuche ich dann nochmal zu erklären. Aber eigentlich so schwer ist es ja nicht. Ja, dann sage ich mal, bis nächstes Mal. Und schönen Tag noch. Und da ist noch so ein hässliches Ding. Sehr schön. Ja, bis dann. Euer Red.